Sportfreunde! Neues Video, neues Glück. Wie ihr seht, befinde ich mich auf dem legendären Rastplatz vom Jägerburger Wald. Müsste eigentlich jeden ein Begriff sein, wem nicht. Es ist hinter Frankfurt gelegen und heute geht es nach Pforzheim. Nicht ohne Grund, denn Team Andro in Kooperation mit Dennis James haben ein Video rausgebracht, beziehungsweise vielmehr ein Showclip, eine Ansage, dass der Dennis an sich selbst, schaut es euch mal an. Ich muss immer ernst sehen, die anderen trainieren wahrscheinlich nochmal so hart wie du, verstehst? Und es ist zwar nicht einfach, wenn es einfach wäre, würde man es alle machen. Da wird jeder hier genauso aussehen wie du jetzt, verstehst? Aber es ist nicht der Fall. Also nimm die Scheißdinger in die Hand und marschier jetzt davor und zurück und dann hat sich das erledigt. Dann ist das, dann passt es. Okay? Auf geht's, komm! Ich habe einen Lüchsegucken. Die ganzen Leute in den Studios und die, wie sagt er zu denen, die YouTuber und so. Alter Freund, da hätte ich gerne mal von denen so 10 Stück im Studio. Die werden YouTube, das wird vom YouTube zu U-Pudding wird das am Schluss. U-Pudding geht in einem Video-Mann hier. Also, jeder von euch YouTuber, ich weiß jetzt nicht wie ihr seid hier in Deutschland. Ich höre immer nur von den Leuten, ihr habt doch hier mit einem ganz ausgeschnittenen Träger-Shirts, die oder die Tank-Tops, die gehen bis zur Unterhose runter. Ihr, wenn ihr ein bisschen trainieren wollt und ein richtiger Morgen, ein richtiger Morgen einen Pump haben wollt, tun wir vorbei. Ich nehme alle 10, das kostet euch keine Mark. 10 Stück? Keine Mark? Das war eine Ansage. Bitte? Keine Mark? Beine! Einmal durch, die Bank weg, alle 10. Es gibt leider keine 10, aber es gab einen. Wir sind bekannt dafür, dass wir ganz gerne mal den Mund aufmachen, sind schließlich nicht auf den Kopf gefallen. Aber, Hashtag TalkIsCheap, ich möchte heute zeigen, dass da auch ein bisschen was hinter steckt und möchte mich so richtig schön zum Kurzen bringen. Und was liegt dann näher, als die Motivations-Coach Zeichen eben mit dabei zu haben? Schaut es euch mal an, er ist sicherlich noch dabei. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John? Brother John? Bin ich erst auf dem Rottergray-Kanal? Ich schwöre es dir. Da will ich aber gar nicht hin. Mit den Leuten habe ich nichts zu tun. Ich bin Naturalsportler. Zaun Laut endrautt Der Der Er Die Frau der Die onder Wenn die alles Und wenn ihr ein richtiges Mal trainieren wollt, richtiges Mal, richtiges Mal in Pump haben wollt, dann kommt mal vorbei. Ich nehme alle 10, das kostet euch keine Marken. Für jeden schon ein schöner Stift. Wir haben schon so ein paar Leute interviewt. Also die kamen viel mehr auf uns zu. Alter, was hast du dir gewusst? Man, du wirst nicht, wenn ich wieder rausgehen, ich habe nie mehr Lust mit ihnen trainieren. Ich glaube, Dennis Kuschelböse. Ach, fuck! Komm, 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 komm! Bist du drauf? Ja, super. Ich bin einfach nur schuldig, das ist mir nicht alleine passiert heute. Ich bin davon ausgegangen, dass ich alleine bin. Ich bin froh, dass ich zwei Stützregler nicht begleite. Das ist für die Ehre der YouTuber. Ja! Auf, auf, auf! Auf, auf! Auf, auf! Schieb! Schieb! Das geht noch, das geht noch! Auf, auf, auf! Auf, auf! So meine Lieben, das Training, wie ihr gesehen habt, ist absolviert. Denkt dran, das volle Video findet ihr bei Team Andro, was wir euch unten verlinken werden. Und ich würde jetzt den guten Dennis gerne mal fragen, wie haben wir uns denn heute geschlagen? Absolut. Richtig geil. Also ich muss sagen, du hast dich, also, ich glaube gar nicht, dass man es viel besser machen kann. Ich meine, natürlich, es geht an keinem spurlos vorbei, das ist ganz klar. Aber du hast es durchgezogen, du hast keine Wiederholung ausgelassen und du hast bis zum Muskelversagen gegangen. Das haben wir gesehen, dass zum Beispiel bei dem Hackenschmidt, da geht, weil der Muskel vom Hirn aufgegeben hat. Und das genau, das ist der Sinn, das zeigt mir, dass jemand wirklich bis zum Muskelversagen gehen kann. Weil viele können es gar nicht. Die sagen vor dem Kopf schon vorbei und dann sagen sie, ich bin zum Muskelversagen gegangen. Der Muskel versagt vom Gehirn. Das habe ich schon häufig in meine Videowahlen benannt, dass der Körper zu viel mehr entstanden ist, als man ihn eigentlich zumuten mag. Also steht und fällt jeweils hier oben im Kopf, richtig? Richtig, richtig. Und da hast du dich super geschlagen und er hat den Prüfestempel auf. Wenn er YouTuber ist, dann soll er weiter YouTuber sein, weil es ist ein YouTuber mit einem Markenstempel. Er ist approved. Darauf können wir doch jetzt erstmal was essen gehen. Bist du dabei? Ja sowieso. Ja, das ist auch was. Guten Morgen, Spaßfreunde. Neuer Tag, neues Glück. Und wenn ihr wissen wollt, warum ich so krasse Augenringe habe und kein Auge zu bekomme, kann ich euch den wahren Grund jetzt mal kurz zeigen. Und da sind auch diese Badasses, ja? Fehl am Platz. Das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Jetzt nochmal ein großes Dankeschön sowohl an Dennis James, als auch an Team Andrew, als auch an das Steelhouse Gym in Pforzheim, was das Ganze möglich gemacht hat auszuführen. Auch für euch nochmal draußen, wenn ihr Bock habt wirklich hart zu trainieren, wenn ihr Bock habt auf die richtige Oldschool-Prumperbude, geht auf jeden Fall nochmal ins Steelhouse Gym in Pforzheim. Wir sind irgendwo so kleine Mini-Lichter am YouTube-Himmel und das seit zwei, drei, vier Jahren. Und der Dennis James hat eine Karriere in der Sondergleichen. Das ganze Video ist inzwischen online auf Team Andrew. Die Verlinkung haben wir euch in die Beschreibung unten reingehauen. Heute ist Sonntag. Was heißt Sonntag? Rabattcodes hören natürlich auf. Ordentlich Rabatt auf die aktuellen Smilox Sales. Da könnt ihr unten nochmal mit dem Etikett ziehen. Rabattcode ordentlich abstauen. Und ganz ganz wichtig, die letzte Chance für euch. sowohl 15% auf den ganzen Shop vom Fitmarkt abzustauben. Mit unten im Code SPAR15. Auch unten in der Beschreibung mit dem Link. Als auch das mega Angebot der BCAAs abzuchecken. Ja, anstatt 24, äh, 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 24, 90, sogar 26, 90, sind es 17,90 Euro. Wenn das nicht mega Rabatt ist. Plus, dass das ganze natürlich auch auf die 6 neuen Geschmäcker gilt. Ja, also abchecken lohnt sich. Burschen Girls, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Denn Jenninger ist gerade am schneiden. Du fleißiger Burschen. In diesem Sinne haut da rein, Burschen. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.